So Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem sehr besonderen Video, gerade für diesen Kanal. Denn es handelt sich im weitesten Sinne um ein Projekt, wenn nicht sogar das größte Projekt in diesem Jahr, welches auf eigentlich all meinen Kanälen präsent sein wird. Das ist so eine Kombi und dabei gibt es, ich sag mal, eine Roadmap, verschiedene Stationen. Und dies hier ist tatsächlich auf dem Zweitkanal der Startschuss. Denn in diesem Video werde ich euch von diesem Projekt berichten, von der Idee, wie weit wir sind, was der Stand der Dinge ist. Und am Ende gibt es tatsächlich einen kleinen Aufruf, denn wir würden dieses Projekt gerne mit der Community, mit euch zusammen umsetzen und bräuchten da die ein oder andere helfende Hand. Und wer vielleicht da skilled ist oder Bock hat, kann sich gerne melden, später aber mehr dazu. Ich fange jetzt mal von vorne an. Ihr habt ja alle mitbekommen, Ende letzten Jahres haben wir Eintracht Spandau gegründet. Das ist eine E-Sport-Orga, die aktuell ja vor allem oder nur in League of Legends tätig ist. In den nächsten Jahren wird sich das wahrscheinlich auch ändern. Da wird sich die Orga breiter aufstellen. Und ich bin ja viel drin. Ich bin ja so ein bisschen Dreh- und Angelpunkt, habe da die Rolle des Präsidenten. Aber es gibt auch so Content im weiteren Sinne. Beispielsweise habt ihr ja mitbekommen, mit der Sparkasse waren wir in Südkorea. Das war ja auch thematisch rund um Eintracht Spandau angesiedelt. Und auf dem Kanal von Eintracht Spandau findet ja auch viel statt, auch mit mir. Und dieses Projekt hat auch mit Eintracht Spandau zu tun. Denn wir haben ein bisschen gebrainstormt Anfang des Jahres, was wir dieses Jahr alles machen können. Und ein großer Wunsch von mir war, eigentlich bräuchten wir auch unbedingt einen Auswärtsbus. So einen richtigen Mannschaftsbus, wie ihn die großen Clubs haben. Ja, und wir haben ein bisschen geresearched. Und tatsächlich sind wir jetzt gerade dabei, einen richtig schönen, bisschen alten, älteren Reisebus zu kaufen. Ja, zum aktuellen Zeitpunkt der Aufnahme ist gerade Karl aus der Redaktion unterwegs nach Hamburg und guckt sich den Bus an, checkt das alles durch in der Werkstatt und kauft den dann wahrscheinlich. Aber das Ganze reicht uns natürlich nicht, denn einfach nur ein Bus ist ja, okay, ist ja ein bisschen langweilig. Und vor allem, was machen wir mit dem überhaupt? Dazu auch später mehr. Aber wir haben uns gedacht, vor allem dieser Bus, der muss ein bisschen die Eintracht widerspiegeln und auch die Fankultur. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen diesen Bus in einer Art und Weise umbauen, wie es natürlich laut TÜV noch gerade so zulässig ist, aber ansonsten wirklich in einem Maße, wo man denkt, das ist gar kein Bus mehr. Ich will jetzt natürlich nicht alles spoilern, wir haben viele Ideen, aber ich dachte mir, was in so einem Bus unbedingt hinten reingehört, ist ein Pool, wo dann Obsis natürlich sich ein bisschen abkühlen kann, ja, oder eine Wurstblinkeranlage. Ja, also ihr merkt, das Ganze soll ja etwas trashig werden. Wir wollen ein paar dumme Ideen umsetzen, aber halt auch vor allem soll es sich um lustigen Content handeln. Wie ich gerade schon sagte, der Bus soll auch die Fankultur von Eintracht Spannung widerspiegeln. Die ist ja sehr enorm, gerade auf Social Media, aber auch im Stream. Und das bedeutet, dass wir natürlich gerne auch euch in das Video einbinden möchten, beziehungsweise das Ganze zu einem, wie ich schon anfangs meinte, Community-Projekt ummünzen wollen würden. Ich stelle mir vor, und ihr müsst euch vorstellen, diese ganze Reise, weil das ist ja nicht an einem Tag abgehandelt. Man kauft ja nicht einen Bus, baut den dann um und fährt irgendwo hin innerhalb von einem Tag. Das wird nicht passieren, sondern das ist ja ein riesiges Projekt mit mehreren Stationen. Und das wollen wir alles dokumentarisch, aber auch semi-dokumentarisch und natürlich auch mit so ein bisschen Roleplay begleiten und in ein Hauptkanal-Video packen. Das wird wahrscheinlich, ja, naja, wirklich wie so ein Doku-Video, was wahrscheinlich eine Stunde geht. Aber dementsprechend wollen wir wirklich alles begleiten, also jeden Schritt. Und dabei ist, glaube ich, der Kern der ganzen Sache das Umbauen. Beziehungsweise das Video wird auch eine gewisse Storyline im Universum von Eintracht Spannung haben. Aber gerade das Umbauen ist, denke ich, integraler Bestandteil. Denn wir wollen mit diesem Bus auch natürlich wirklich irgendwo hinfahren und den auch fahrtauglich noch, ja, erhalten. Trotz immens geiler Gadgets. Denn wir wollen mit diesem Ding jetzt nicht nach Köln zu SK Gaming fahren. Ja, doch, könnte man sich auch vorstellen. Oder nach Schalke. Und dort dann mit der Mannschaft aussteigen und lolzocken. Sondern wir wollen in andere europäische Länder damit fahren. Beispielsweise nach Frankreich zu Carmencorp oder nach Spanien zu Koi. Und wollen uns den mal ein bisschen präsentieren. Ja, international auftreten. Als die Eintracht. Und natürlich auch mit dem Bus selber schon als Strahlkraft, als Instrument der Eintracht mit Strahlkraft nach außen, womit man mit uns zu rechnen hat. Und worauf man sich einlässt. Also, was brauchen wir denn jetzt? Denn ich meine ja eingangs, wir brauchen auch ein bisschen Unterstützung. Im Grunde kommt der Gedanke daher, dass ich in der Vergangenheit immer wieder davon begeistert war, wie sehr doch, gerade auch teils ungefragt, ihr euch engagiert habt. Ob das jetzt ein Rad der Qualen ist, was mega krass durchdesignt ist und wochenlange Arbeit und von Sterzig leider, aber ist ein anderes Thema. Oder ein Mod, ein Twitch-Mod, ein Discord-Mod. Der Erik hat mir einfach mal für meine Rüstung, als ich mir die gekauft hatte, ihr erinnert euch vielleicht, als die neu war, hat der mir mit seinem Vater einen richtigen massiven Rüstungsständer gebaut. Und immer wieder ergibt es so eine Sache, auch im kleinen Maße, wenn ihr zum Beispiel Intros bastelt für Dark Souls. Also, das Engagement ist ja schon sehr, sehr groß. Und jetzt haben wir potenziell diesen Bus in der Garage stehen, der umgebaut werden soll, wodurch einige Arbeiten ansteht, die ich in meinem Leben beispielsweise noch nie gemacht habe. Also, Dinge wie den Bus folieren. Ja, oder wir wollen, wenn ihr euch einen klassischen Reisebus vorstellt, da sind ja Haufen Stühle drin, die brauchen wir alle gar nicht. Da soll ja auch Platz für anderes sein. Die müssen alle raus. Wir müssen da eine große Fläche schaffen. Und dann natürlich diese ganzen Gadgets einbauen. Das soll ja ein ganz besonderer Bus werden. Und natürlich sollen diese Sachen zwar auch ein bisschen trashig sein, aber auch wirklich funktionieren und auch teils hochwertig sein. Wisst ihr, was ich meine? Ich kann euch einfach mal den Bus zeigen. Also, das hier ist der Setra S315UL mit Schaltung und Klima. Also, wie man sieht auch hier, der hat schon ein paar Macken, aber wir sind der Auffassung, für unseren Zweck wäre der ja absolut ausreichend. Hier, guck mal. Wie damals bei der Klassenfahrt. Diese Sitzbezüge. Traum. Andere Option wäre der Setra Evobus Reisebus Fernverkehr. Der hat sogar TÜV. Schaut mal. Hier, toll. Schön in blau. Auch sehr schön. Der ist, glaube ich, noch mal ein bisschen höher. Guck mal, hier kann man einsteigen. Toll. Tolle Sitze auch. Ja, oh, mit dem Le... Ja, schön. Wir arbeiten halt an der Basis mit der Eintracht. Immer. Guck mal, hier. Zu D-Mark-Zeiten ist der gefahren. Naja. Also, um das Ganze umzusetzen, brauchen wir natürlich fähige Leute. Am besten Leute, die sogar beruflich das E-Machen oder in dem Bereich arbeiten. Also, falls ihr jemanden kennt oder ihr von euch selber sagt, jo, das kann ich, das mache ich, dann meldet euch bitte bei uns. Wir suchen Leute, die folieren können. Wir suchen Handwerker, MechatronikerInnen. Ähm, wir suchen eine Werkstatt, falls ihr jemanden kennt oder eine Werkstatt habt in Berlin oder in der Umgebung, gerne. Wir suchen Abstellplatz noch für das Ding. Ähm, wenn ihr uns irgendwie im weitesten Sinne helfen könnt, meldet euch gerne bei uns. Wir suchen Leute, die richtig Bock haben auf dieses Projekt, die auch die Zeit mitbringen und die Lust haben zu helfen. Das Video, in dem wir den Bus, äh, umbauen und fahren werden und damit reisen werden und euch das alles zeigen werden, äh, beziehungsweise das ganze Projekt ist Teil der Sparkassenkampagne. Ihr habt es ja schon mitbekommen, dieses Jahr auch wieder Sparkasse, sowohl Sponsor von der Eintracht, als auch auf meinen Kanälen präsent, ne, Stichwort Südkorea. Auch letztes Jahr haben wir ja schon zusammengearbeitet mit dem Video raus aus der Elohell, nee, aus der Zockerhölle, genau. Äh, geiles Video. Und, ähm, dank denen ist dieses Projekt in der Form überhaupt möglich. Äh, Anfang des Jahres kamen die auf uns zu und meinten, ey, yo, wir würden, ne, so ein bisschen rückblickend, letztes Jahr war sehr cool, hat Spaß gemacht, äh, war, war eine tolle Zusammenarbeit. Wir würden dieses Jahr gern wieder zwei Hauptkanal-Videos, ähm, mit euch machen. Und dann haben wir uns gemeinsam hingesetzt und am Ende dann beschlossen, a, nach Südkorea zu fliegen und b, einen Mannschaftsbus zu kaufen. Und ich kann euch gar nicht sagen, wie besonders das ist, dass das überhaupt so auch in der Form so möglich ist. Also gerade wenn da, ne, wir reden hier von der Sparkasse, ja, das, das ist jetzt, äh, das ist ein Unternehmen, was es halt schon seit zig Trillionen Jahren gibt, ja, äh, und in der Form wirklich unüblich offen und auch kreativ diese Dinge mit uns angeht und ermöglicht. Das ist wirklich sehr außergewöhnlich, kann ich euch aus Erfahrung sagen. Äh, ist ein bisschen crazy, dass die das überhaupt mit uns machen. Ich mein, ne, ich hab ja viele wilde Ideen. Und von denen werden auch immer oft, äh, über die Jahre mit unterschiedlichsten Partnern, äh, vieles verworfen. Weil die sich halt denken, Digga, was ist los mit dir? Ne? Aber, äh, die Sparkasse ist an Bord. I mean, es fährt gerade jemand von unserem Team los und kauft einen alten Reisebus. Und das ist erst der Anfang von diesem Herzensprojekt. Mega geil. Ihr merkt schon, also, ich gebe hier einige Props gerade raus an die Sparkasse. Und ich möchte das jetzt auch nochmal betonen. Ich habe eben schon gesagt, wie besonders das ist hinsichtlich auf Kreativität und Offenheit. Aber was man ja auch bedenken muss, ich mein, die haben letztes Jahr mit uns dieses eine Video gemacht. Raus aus der Zockerhöhle. Und das war mega geil. Fanden alle Beteiligten. Und jetzt haben die das Ganze nochmal verstärkt. Die komplette Partnerschaft, ja. Ähm, von raus aus der Zockerhöhle hin zu, sie sponsern Eintracht Spandau. Äh, machen da eine ganze Kampagne auch mit mir drinnen in Begriffen. Und ermöglichen solche Projekte wie, äh, wir reisen nach Südkorea und kaufen Reisebus. Und machen crazy shit. Pimp my ride, Alter. Car. Nee, wie ride, ne? Pimp my Reisebus. Das wird phänomenal. Wir werden, also, mit dem Ding will dann jeder fahren. Limo, scheiß auf Limo. Scheiß auf Limo. Wenn, also, das Ding, das wird so ein, wie sagt man? Schlachtschiff, Alter. Das wird so ein Nightliner. Ich hab richtig Bock auf das Ding. So, genug gelabert. Kommen wir zum Punkt. Was macht ihr, wenn ihr der Auffassung seid, ihr könnt uns helfen? Ihr meldet euch bei uns. Ähm, wir haben ein E-Mail-Adresse eingerichtet, über die wir alles sammeln. Die heißt bus-at-instinct-3.de. Was wir dann per E-Mail von euch brauchen, ist folgendes. A, äh, warum ihr die Richtigen seid, uns zu helfen. Welche Erfahrungen ihr habt im Bereich DIY oder im Handwerker-Bereich oder Mechatroniker-Bereich und so weiter, Kfz-Bereich. Ähm, dann ein paar Infos, äh, wie ihr uns helfen könnt, was ihr machen könnt, was ihr euch vorstellen könnt. Äh, die Kontaktdaten von euch. Und, falls ihr Bilder und Videos schicken wollt mit, äh, Beispielprojekten, was ihr schon gemacht habt, dann sehr gerne. Äh, macht das gerne über einen externen Link. Beispielsweise ihr leitet, äh, ihr lädt das auf YouTube hoch, ähm, oder über eine Cloud, Google Drive, Dropbox und so weiter, gerne. Wir werden dann erstmal wahrscheinlich sogar eine ganze Weile nicht antworten, weil wir sehr viel sammeln werden müssen, erfahrungsgemäß. Ähm, aber gehen dann in Kontakt mit euch und schauen, was ihr oder was wir gemeinsam mit euch halt bei dem Projekt tun können. Und ihr werdet dann Teil meiner vermutlich bisher größten und verrücktesten Video-Idee. Und ich freue mich auf euch. Ich muss sagen, abschließend vielleicht ein Thema. Es gab jetzt gerade in jüngster Vergangenheit viele, na, was heißt viele, einige negative Beispiele, wo InfluencerInnen, ähm, ihre Community so ein bisschen auch gelootet haben. Na, also aktuelles Beispiel ist ja zum Beispiel Finn Kliemann, wo das ganze Kliemannsland und einzelne andere Projekte drumherum sehr eine Kritik standen. Und wir sind uns darüber sehr bewusst und gehen das Thema auch sensibel an und mit einer, äh, Ordentlichkeit, äh, wo ihr keine Sorgen haben müsst, dass ihr verarscht werdet. Wir haben hier Profis am Werk, wir haben hier Leute, die Erfahrung haben und wir werden da mit euch dann im Detail, äh, falls wir mit euch zusammenarbeiten wollen oder ihr mit uns, äh, werden wir da ganz professionell und transparent mit euch umgehen. Äh, darüber braucht ihr euch keine Sorgen machen, also keine Hemmung. So heißt übrigens meine WoW-Gilde. Das nochmal. Gut, das war eigentlich alles, was ich, äh, sagen wollte. Schon wieder so ein klönen Video, ne? Aber, ja. Vielleicht abschließend, also wirklich. Das ist, glaube ich, die krasse Scheiße ever, die ich gemacht habe, die wir gemacht haben. Und es fühlt sich richtig an, diesen Aufruf an euch zu machen. Ich muss sagen, ich bin sonst immer sehr stolz, wenn es um meine Arbeit geht. Ich bin so ein Typ, der hat immer Schwierigkeiten, äh, Hilfe anzunehmen, aber auch Arbeit abzugeben. Und so ein bisschen perfektionistisch, dass ich halt überall dann so manchmal, äh, doch noch mal gucke und mitwirke, obwohl ich eigentlich viel zu viel zu tun habe. Ähm, aber es sind auch alles Themen, an denen ich dran arbeite. Ähm, so, aber deswegen nur so als Background und damit ihr das versteht. Es ist schon auch eine gewisse Hemmung da gewesen, ob wir das jetzt so machen. Weil ich habe ja eigentlich nie irgendwie was von euch jetzt, äh, eingefordert oder verlangt, bis auf WoW-Gold für eine Gläfe, okay. Äh, aber ja, es fühlt sich richtig an. Weil wir würden es auch ohne euch nicht schaffen. Äh, deshalb bitte meldet euch. Ich bin sehr gespannt. Und ansonsten könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr denkt. Und, ja, noch sonstigen Input geben. Aber wenn ihr euch wirklich, ich sag jetzt mal, äh, interessiert für das Projekt, dann macht das nicht über die Kommentare, sondern schreibt, wie schon gesagt, eine E-Mail. Ich bedanke mich, mein Name ist Henthoff Blatt. Äh, und, ja, ihr werdet bald dann auf dem Kanal, äh, das Ergebnis sehen. Ich bin sehr gespannt. Tschüssi. Musik Und, ja, ihr werdet bald dann auf dem Kanal, äh, das Ergebnis sehen.